Ein ganz schöner Tag. Nee, das sind alles Frauen, ne? Hört sich ein bisschen vorn an dem Museum. Wer ist? Ach, ich kann noch ein bisschen auf dem Museum. Okay. Vier Gerholtz und eine Zeit, 5.85 Sekunden, 64 Sekunden. Wir wollen mit den Britischen Fahrten. Mark Armstrong ist da, er ist vor allem, seine Sallwein zu Räumen nach Nr. 24. Untertitelung des ZDF für funk, 2017